Du, Wenti? Ja? Kennst du schon die homöopathische Wirkung der Waffe? Nein. Ja, also normalerweise ist das ja bei der Homöopathie so, dass sie nicht über den Placeboeffekt hinauswirkt. Ja? Genau. Aber, also wobei, ich kenne da jemanden, dem sind von Homöopathie alle Haare ausgefallen, büschelweise, büschelweise. What? Also von Waffeln fallen dir zum Glück nicht büschelweise die Haare heraus. Oh, das ist gut. Aber in großen Mengen wirkt die Waffel auch homöopathisch über den Placeboeffekt hinaus. Nein. Doch. Oh. Und zwar, also wenn du ganz viele Waffeln isst und das über einen langen Zeitraum hinweg, dann hat das eine nicht übersehbare Wirkung. Um, um, um. Ah.